Vielen Dank. Ich habe was ganz Interessantes rausgekriegt. Hört mal das hier. Das ist ein düsterer D-Moll-Akkord. D-Moll ist die Tonart von Mozarts Requiem oder Schubert's Der Tod und das Mädchen. Ganz viele Gewitterszenen in der Oper sind auch geschrieben worden in D-Moll. Wenn dieser Akkord jetzt wenigstens aufsteigend aufgebaut wäre, hört ihr, da gibt es noch so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Aber rückwärts, da schwingt noch was Teuflisches mit. Und das ist nichts anderes als A-F-D. Ja, so einfach. So einfach. Das ist nichts anderes als A-F-D.